Albert Camus, Verzweiflung und Unglück Ich glaube den Leuten nicht, die behaupten, sich aus Verzweiflung ins Vergnügen zu stürzen. Die wahre Verzweiflung führt stets nur zu Gram und Teilnahmslosigkeit. Na schön, jetzt sind sie eine Hure wie die anderen. Wer nichts gibt, hat nichts. Das größte Unglück besteht nicht darin, nicht geliebt zu werden, sondern nicht zu lieben.